einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu einem weiteren blog auf diesem kanal wir befinden uns heute auf der becker kirmes mit dabei ist der joel und dahinten mit dem adidas rucksack der gilles der kevin und wir wollen jetzt mal schauen was er sonst gerade noch so steht und ein paar bütchen kinderkarussell musikexpress leider noch nicht da aber das kommt ja noch aber leute was er sonst noch steht aber leute ich würde sagen schaut es euch doch selbst an deswegen würde ich sagen bis später so 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 für diesen Cent bück ich mich natürlich und soll ja Glück bringen, wenn man Geld auf der Straße findet und ja so wir sind hier an der Black Hole angekommen einige, die noch nicht hier waren oder mein Instagram-Account abgecheckt haben würden es natürlich sehen und ich zeige euch die jetzt mal von der anderen Seite, also von der hinteren Kamera und dann, ja, sehen wir uns gleich und dann, ja, sehen wir uns mal in 6 Ja, da ist ein Flipper Hier steht nicht Miggi Maus Leute, der Vlog wird heute kürzer als gedacht Ich habe gedacht, hier steht mehr Wenn ihr euch gerade fragt, warum oder welcher komische Vogel hier neben mir steht Das ist ein Kollege von mir, super korrekt Da vorne läuft der andere Vollidiot Den kennt er ja auch schon, den Gilles Den kennt er ja auch schon, den Gilles So und dann hier nochmal von der Seite Raupe kommt nicht Das war Spaß, natürlich kommt die Wo die Raupe ist, weiß ich nicht Ich tue mal gerade so unauffällig Da ist Das ist wieder ein Toilettenhäuser nicht droht Gilles, der Joel Und ich Oh, wie gut dann ich das bearbeiten kann Darum, weil der Vlog gerade echt Scheiße ist Ja Was, 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 was Ein V8 Motor, Truck Natürlich kein amerikanischer, aber egal Autoscooter Bis dahinten immer Autoscooter Da kommt ein Auto Mit die habe ich nicht gesprochen Und Ja Jo, Leute, was geht Voll die Geier, Alter So, meine Lieben Wenn euch dieser Vlog gefallen hat Dann ist doch keiner mit Blau nach oben da Heute etwas Ein anderer Vlog Ihr habt mich kaum gesehen Ich hoffe jetzt am Ende Ähm Bevor ich Das Video beende Ähm Und Ähm Ja Der Platz, wo die Kirmes ist Ist zwar nicht groß Es ist immer noch die größte Kirmes Niederrhein Und Ähm Ich hab gedacht Heute steht mehr da Als letztens Aber nächste Woche Stimmt mehr Und Dann werden wir doch Der Breakdance sein Der Musikexpress Und Das andere Und Ja Der Flipper Ähm Ist das erste Mal Dieses Jahr auf der Kirmes Die Faker Und die Black Hole Ähm Ihr habt's ja gesehen Ähm Ich entschuldige mich Instagram Name Instagram Facebook Und Twitter Ich glaub Instagram Wenn nicht Dann werde ich euch den nochmal verlinken Ähm Ich glaub aber Ähm Instagram ist Ähm Discord ist unten Schaut doch gerne mal vorbei Wenn ihr mit mir persönlich schreiben wollt Dann Kommt auf den Discord Server Und Ihr könnt zusammen schreiben Und Ihr könnt Ähm Wie auch einfach So Zusammenschreiben Wir wünschen Wir wünschen uns am Label In meinem Discord Server Und Wenn Ihr weitere Fragen So Oder allgemein Schreibt's In die Kommentare Ich würde mich natürlich Gerne Und Freue mich natürlich Darüber Weil wir jetzt Ein normales Fragen-Antwort-Video geben Und Joa Und Ich bedanke mich An der Stelle nochmal an Joel und Kevin Dass ihr heute auch Wieder dabei wart Und Ja Ich guck Dass ich Joel Und Kevin Auch unten In der Infobox verlinken kann Dass Ihr dort auch mal Vorbeischauen könnt Und Ja Deswegen würde ich Jetzt mal sagen War's das von diesem Video Wir sehen uns In einem nächsten Video Daumen nicht vergessen Like nicht vergessen Abonnieren nicht vergessen Und Kommentieren nicht mehr Und Vergesst nicht Die Glocke zu aktivieren Weil in letzter Zeit Erreichen Wie meine Videos sind Bis dahin Euer Fitnessflo Ciao Bis zum nächsten Mal